Am Mikrofon Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 18. Mai, dem Internationalen Museumstag, wurde in der Taipehler Filiale des Nationalen Handwerks-, Forschungs- und Entwicklungszentrums, das sich in direkter Nähe des Nationalen Geschichtsmuseums befindet, die 100-jährige Jojo Yang-Retrospektive eröffnet, wobei der Name dieser Ausstellung etwas irreführend ist, da der Künstler 1926 geboren wurde. Doch hier in Taiwan rechnet man etwas anders, da ist man nämlich schon bei der Geburt ein Jahr alt und nach der Feier des Neujahrs wird noch ein weiteres Jahr darauf gerechnet. Diese Ausstellung wird vom Nationalen Geschichtsmuseum in Zusammenarbeit mit dem Jojo Yang-Museum, das sich nur einen Straßenzug entfernt befindet, veranstaltet, was nicht verwunderlich ist, denn Jojo Yang hatte sehr enge Verbindungen zum Nationalen Geschichtsmuseum. Er war nämlich eingeladen worden, für die Eröffnung des Museums 1955 eine Buddha-Statue zu schaffen und er zeichnete sich auch für das Logo des Museums verantwortlich. 1960 hielt er dort seine erste Solo-Ausstellung ab und in den 70er Jahren war er eingeladen worden, am Landschaftsdesign der Museumsanlage mitzuwirken. Diese Retrospektive, für die sich der Kunsthistoriker Xiao Qinghui verantwortlich zeichnete, zeigt 300 Kunstwerke und Dokumente des Künstlers, der in seinem Leben 2.554 Werke geschaffen hat. Sie unterstreichen nicht nur die große Vielfalt seiner Werke, sondern auch seine Verdienste für Taiwan und die Welt. Am bekanntesten sind international wohl seine Stahlskulpturen, doch er war nicht nur Bildhauer mit einem breiten Werkspektrum, sondern auch Holzschnitzer und Maler, der sich auf verschiedene Medien verstand und sogar auch Karikaturist. Yu Yu Yang stammte aus einer reichen Familie, die in Ilan im Nordosten Taiwans lebte. Er wuchs als Ältester von drei Brüdern, allerdings ohne seine Eltern auf, da diese in Beijing ihren Geschäften nachgingen. Die Sehnsucht nach seiner Mutter, die er in seinem Tagebuch als einen schönen schwarzen Phönix beschrieb, da sie gerne ein langes, schwarzes, samtenes Ziehpao trug, stillte er, indem er aus Papier Phönixe schnitt. In Taiwan besuchte er die Grundschule und nach deren Abschluss ging er 1940 nach Beijing zur Weiterbildung. Dort kam er in engen Kontakt mit der chinesischen Kultur. 1943 bestand er die Aufnahmeprüfung für die Architekturabteilung der Kunstschule Tokio, wo er auch erstmals mit den Konzepten der Landschaftsgestaltung in Kontakt kam. 1946 kehrte er nach Beijing zurück, wo er in die Kunstabteilung der Phuren Universität eintrat. Ein Jahr später machte er eine Reise nach Shanxi, wo er die riesigen steinernen Buddha-Statuen von Yungang aufsuchte. Hier traf er auf eine östliche Ästhetik, die sich einerseits durch ihre Größe, andererseits durch Einfachheit und das In-sich-Ruhen auszeichnete, während die westliche Ästhetik eine Ästhetik der Bewegung ist. Bei einer Ausstellung gegen Ende seines Lebens sagte er, dass die Buddha-Statuen von Yungang ihn die ganzen 60 Jahre seines Schaffens beeinflusst hätten. Als sein Onkel und späterer Schwiegervater krank wurde, kehrte er ohne Abschluss nach Taiwan zurück, um ihn zu pflegen. Er trat dann in die Kunstabteilung der Pädagogischen Hochschule Taiwans ein, wo er sowohl seinen Kommilitonen wie auch den Lehrern durch sein Talent auffiel. Wegen des Krieges konnten seine Eltern kein Geld von Beijing nach Taiwan überweisen, weshalb er in finanzielle Nöte geriet. Zu diesem Zeitpunkt gründete die Regierung die Zeitschrift Ernte, die für die bäuerliche Bevölkerung gedacht war. Als Herausgeber diente der Künstler Lan Yingying, der wiederum Yo-Yo Yang anheuerte, das Grafikdesign der Zeitschrift zu übernehmen. Durch diese Arbeit begann er sich für die Sitten und Bräuche sowie für das Leben der Bauern zu interessieren. Bei dieser Zeitschrift arbeitete er elf Jahre als Kunstredakteur und hatte dabei viele Möglichkeiten, das Leben auf dem Land zu beobachten, das er dann in unzähligen Holzdrucken darstellte. Er schuf in jener Zeit auch größtenteils realistische Skulpturen sowie Aquarellbilder und chinesische Tuschebilder. Für die Zeitschrift malte er auch Karikaturen. Diese Werke können uns heute das Landleben auf Taiwan in den 50er und 60er Jahren lebendig vor Augen führen. In jener Zeit versuchte er sich aber auch erstmals mit Kunst am Bau, als er nämlich 1961 für das leere Ressort am Sonne-Mondsee ein riesiges Relief schuf. Von dort war es dann nicht mehr weit zu den großen Landschaftsskulpturen, die einen wichtigen Teil seines späteren Schaffens ausmachten und für die er auch im Ausland berühmt wurde. Was seine Skulpturen anbelangt, kann man verschiedene Schaffensperioden unterscheiden. Da ist zunächst die eben schon erwähnte realistische Periode. Um 1962 benutzte er dann jedoch, inspiriert von der Kalligrafie, eine abstraktere Ausdrucksmethode, wobei er mit Linien arbeitete. Typisch für diese Periode ist ein Reh mit zwei Kitzen, das aus zusammengebundenen Eisendrähten hergestellt wurde, die dann umwickelt wurden. Auch thematisch ging er teilweise von realen Dingen ab und schuf zum Beispiel dreidimensionale Werke, die tatsächlich chinesische Zeichen darstellen sollten. Nachdem er seine Arbeit bei der Zeitschrift niedergelegt hatte, ging er 1964 zum Studium moderner Plastiken nach Rom, wo er sich auch mit dem Entwurf von Kupfermünzen beschäftigte. 1967 nach seiner Rückkehr aus Italien wurde er zum Berater einer Marmorfabrik in Hualien. Er wurde damit zum ersten Künstler in Taiwan, der Kultur in die Industrie einbrachte. Von da an begann er große Landschaftskulpturen zu schaffen, zunächst aus Marmor, nämlich die sogenannte Taroko-Serie, bei der er die Natur in Bildwerken dargestellt hat. Der Künstler hatte aber auch großes Interesse an neuen Materialien und Techniken. Ende der 70er Jahre führte er die Lasertechnik ein, mit der er nicht nur Bilder schuf, sondern die ja auch für die Hauptlaterne des ersten vom Tourismusbüro veranstalteten Laternenfestivals einen sich zum Himmel windenden Drachen einsetzte. 1970 hatte er vom Erziehungsministerium den Auftrag für eine Landschaftsskulptur vor dem Pavillon der Republik China auf der Weltausstellung in Osaka zu schaffen. Inspiriert vom chinesischen Papierschnitt setzte er aus schweren Stahlstreifen einen neun Meter hohen roten Phönix zusammen. Obwohl tatsächlich sehr schwer, sah er äußerst leicht aus und so, als wolle er in den Himmel aufsteigen. Dieses Werk rückte den Pavillon der Republik China damals ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Drachen und Phönix, die als Symbol für Yin und Yang gesehen werden können, tauchen vor allem in seinen Stahlskulpturen häufig auf. Seine polierten Stahlskulpturen haben die Eigenschaft, ihre Umwelt auf traumhafte Weise wiederzuspiegeln, einerseits wie von der Realität losgelöst, andererseits sehr abwechslungsreich, auch wenn die Werke an sich relativ einfach sein können. Hier erhalten abstrakte philosophische Konzepte eine Form, in der sich Himmel und Erde vereinigen. Doch auch Buddha-Statuen sind ein wichtiger Teil seines Werkes und für das Mandarin-Hotel in Singapur hatte er 1973 ein riesiges Wandrelief mit einer Prozession taoistischer Gottheiten geschaffen. Dieses wie auch weitere groß angelegte Projekte in Taiwan und weltweit, auch wenn nicht alle wie ursprünglich geplant verwirklicht werden konnten, sind bei dieser beeindruckenden Ausstellung zu sehen. Jojo Yang starb 1997 im Alter von 72 Jahren infolge einer Sepsis, die durch ein Lungenödem und Nierenversagen verursacht worden war. Diese Ausstellung ist noch bis zum 18. August zu sehen. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. August zu sehen. Vielen Dank.